Hi Leute, heute gibt's ne kleine Verlosung auf diesem Kanal, denn wir haben was richtig Geiles für euch. Einige von euch kennen ja bestimmt Angelo aus ein paar Videos von Battlefield und der hat mir angeboten, ne kleine Verlosung hier auf dem Kanal zu machen, weil er da was hat, was dem einen oder anderen von euch vielleicht sicherlich von Nutzen sein kann. Fast alle Battlefield-Spieler haben dieses Jahr die Battlefield Hardline Beta gespielt und viele von euch waren davon ja positiv überrascht und wollen sich das Spiel 2015, wenn der Release dann da ist, kaufen. Auf der Gamescom 2014 dieses Jahr ist ja die Spielepräsentation am Battlefield Hardline Stand und wer da rein will, der muss eigentlich an der Schlange stehen und muss warten, 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 weil die Nachfrage so groß ist und da wartet man schon ein paar Stunden in der Schlange, bis man da überhaupt mal reinkommt. Wir verlosen jetzt aber für euch einen Fast Pass. Wenn ihr den habt, könnt ihr einfach ganz gemütlich an der Schlange vorbei rein in die Spielepräsentation und schauen, was 2015 bei Battlefield Hardline so ansteht. Das bedeutet, ihr habt keine Wartezeit, kommt direkt rein, ihr seid sozusagen ein VIP. Also, wenn ihr diesen VIP-Pass oder diesen Fast Pass haben wollt, das ist für den 17.08. von, lass mich mal ganz kurz nachschauen, 15.00 bis 16.00 Uhr am Battlefield Hardline Stand 1, das ist ein Sonntag. Wenn ihr da hin wollt und diesen Fast Pass also haben wollt, dann nehmt an diesem Gewinnspiel hier gerade teil, denn ihr müsst nur folgendes tun. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wieso ihr diesen Fast Pass haben wollt. Also, ne gute Argumentation, ne gute Begründung, wieso, ähm, ist schon, muss schon drin sein. Jetzt so ein Satz wie, ja, weil ich wissen will, was Battlefield Hardline 2015 so ist, was gibt's da Neues, das ist keine Begründung. Gebt mir ne gute Begründung, wieso ihr das haben wollt, ähm, und die beste Begründung, oder meiner Meinung nach die beste Begründung, suche ich dann mit Angelo zusammen aus. Jetzt das Gewinnspiel, weil das ja jetzt sehr kurzfristig ist, weil ja das schon am 17.08., äh, ja doch, 17.08. ist, ähm, läuft. Das Video, ähm, geht heute online, wo ich's gerade hier drehe. Das ist der 9.08. Wir machen das Ganze so bis zum 15.08. Das ist, lass mich mal ganz kurz nachgucken, 15.08. Das ist nächste Woche Freitag. Bis dahin, da ist das, läuft das Gewinnspiel, bis dahin müsst ihr in die Kommentare eure, äh, Begründungen reinschreiben und bis dahin geben wir auch den Gewinner dann bekannt. Ähm, wir geben den Gewinner dann, ähm, entweder Freitagabend bekannt oder Samstag, Samstagmorgen, Samstagmittag dann, dass ihr noch, ähm, Bescheid wisst. Der Fastpass ist digital, das bedeutet, ihr bekommt dann, also der Gewinner bekommt den von uns zugeschickt per E-Mail, muss den aber noch ausdrucken. Also guckt, dass ihr wirklich ausdrucken könnt, denn dieser Fastpass muss ausgedruckt werden. Da ist ein Barcode drauf, den ihr dann vorzeigen müsst, der wird abgescannt oder so und dann kommt ihr da durch. Also, eure Begründungen in die Kommentare für einen Fastpass für den Battlefield Hardline-Stand auf der Gamescom 2014. Ich wünsche euch viel, viel Glück und, äh, ja, Anjo und ich suchen uns dann den Besten raus. Also, viel Erfolg, viel Spaß beim Kommentare schreiben und vielleicht bist du ja gerade, der wo zuschaut, der glückliche Gewinner. Also, bis am Freitag, bis dann, ciao! Bis dann, ciao! Bis dann, ciao!